Rastig aus, groß! Gönn dir! Mama! Mama! Kannst du denn immer mal anrufen? Willst du deine Mama anrufen, Glied? Schlauze, wenn Papa kommt, verleiht so wie die Klöten aus, wo die Leute hier sind. Ich tue morgens aus, wenn dir gar nichts gewesen ist. Komm da an, gibt's arm! Dann guck ich an, was ist los? Nichts! Du bist so doof, du sitzt hier im Rollstuhl, du kriegst bestimmt voll Ärger, oder nicht? Durch die Schnauze, durch die Behandlung, ey! Klitsch, du siehst doch mal auf! Das ist echt peinlich. Klitsch! Na, lauter! Im Kreis kam, ey, wer gehört zu mir? Ganz im Ernst, eben war er noch die heulsüße Person, ne? Wenn ich jetzt trinke, dann sterbe ich bei jetzt so rum. Hm, wenn er jetzt Blut verdient? Er so, hat sich die Finger kaputt, er so, ich bohr da rein. Wenn ich so, wenn ich hingucke, ich mach so, gucke, ich hab mich fertig gekotzt, hab ich danach. Aber bitte, ich bitte wieder mit nach Hause, wenn ihr nicht abhaut hier, ich sterbe dann. Wieso, ich dachte, du fährst mit dem Taxi nach Hause? Ja, wir müssen doch kurz mal warten, ich komm, wenn ich hier sterben will. Ja, wir warten doch, aber nach Hause fahren kann ich dich nicht, ne? Wegen Sprit. Kein Sprit mehr. Ich fahr schon wieder auf Reserve, ich hab vorhin schon erst getankt, ey. Klitsch, stirbs. Klitsch, stirbs. Ja. Ja. Aber ich lass mir den Rhythm auch noch wieder einreden, denn die Wirbelscheiß tut so weh. Oh, keine Ahnung. Herr Doktor, kannst du kurz den Rhythm machen? Meine Heilswirbels tut so weh. Nee, ich lass dich nacken. Halt's auf. Halt's auf. Halt's auf. Halt's auf. Halt's auf. Ja. Aber in meiner Tasche. Er ist so doof, ne? Herr Doktor, können Sie mich bitte mal handeln? Herr Doktor. Lass's wieder fahren, das ist total schämst. Hallo, Anni. Ja. Lass fahren, das wäre halt von selbst. Nein. Hallo mein Kiech, ne? Das ist halt von selbst. Hör mal bitte aufhören. Ja. Kiech, man sieht bei dir, dass die Haut weg ist. Da war schon so, weißt du, kennst du nicht, dass man hat doch danach noch... Man sieht schon den Knochen-Ding. Die Knochen-Ding. Aber das, was da vorkommt. Die Knochen sieht man nicht, oder? Die dritte Hautschicht. Nicht die dritte Hautschicht. Die erste Hautschicht. Aber die Knochen sieht bei dir. Die alle drei sind weg. Die Haut hat fünf Hautschicht. Ja, und dann, die sehen. Die Knochen-Ding, der sagt nein, ich kotze uns hier hin. Nein. Diese Bänder. Ja, die Bänder sieht man. Halt die Schnauze, Mann. Kiech, du kannst hier nicht so rumschreien. Ich bin hier in den Kopfschuld. Ganz im Ernst, wenn ich hier...